Ja, hi und willkommen zu einer neuen Folge von Check That Snack und heute testen wir eine weitere Sorte True Fruits Smoothie und zwar Purple. Hier ist drin Brombeere, Heidelbeere, Johannisbeere, Himbeere, Orange, Banane und Apfel. Ja, hier hinten stehen die Zutaten, die könnt ihr euch ja einmal anschauen. Dann, hier ist drin, eingepresster Apfel, eine halb pürierte Banane, eine halbe gepresste Orange, 14 gemahlene Himbeeren, 19 gemahlene Heidelbeeren, 4 gemahlene Brombeeren, 22 gemahlene rote Johannisbeeren, 22 gemahlene schwarze Johannisbeeren. Ich finde diese Angabe immer so genial. 19 gemahlene Heidelbeeren. Warum 19, noch nicht 20? Was weiß ich, hier steht irgendwas auf Englisch, der Purple. Ah, dann ne, das ist so ein Anti-Englisch, ne. I'm smooth and no one can reach me the water. You have to empty me in one train. Look me not so strange on. Oh, ne, das lese ich jetzt nicht vor, das ist blöd. Ja, hier noch ein paar Nährwertangaben. Ach, was soll's. Machen wir jetzt einfach auf, einmal schütteln. Aufmachen. Und dann probieren wir das Ganze einmal. Ja, ähm, nachdem ich jetzt probiert hab, Orange und Banane, konnte ich wieder rausschmecken. Apfel, konnte ich jetzt nicht direkt schmecken. Aber so ein, so ein bäriges Aroma kommt auf jeden Fall mit. Ähm, ganz erfrischend und lecker. Also ich finde den auch okay. Ähm, der geht auf jeden Fall in Ordnung. Und aus dem Grund gibt's selbstverständlich ein Plus. Ähm, ja. Lass mich nochmal wissen, was ihr von den True Fruits Movies haltet. Das soll's gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.